Easy, medium or hard. Easy. Ich will... Easy Soul Charm. Ich... Ich... I don't care. Ich nehm Hanso, ich nehm Hanso. Es gibt da nur vier. Was ist das? Was ist das? Der Brawl. Der Halloween Brawl. Das ist... Wait. Wait. Ist das... Ist das ein Reaper Skin mit dem Halloween Kürbis? Ja. Ah, den hab ich. I need this! Da hast du noch nicht... Da hast du noch nicht den Rotog Skin gesehen. Den, äh... Franken Rotog? Franken Rotog. Und ich hab auch noch Dr. Junkinstein. So. Ich bin Soldier. Wir müssen jetzt irgendwie verteidigen. Irgendeine Tür oder so'n Scheiß. Oder? Ja. Den Skin habe ich jetzt sogar. Dr. Junkinstein. Das ist... Voll der Dr. Junkinstein, Alter. Da. Okay. Das ging ja noch. Ja. Müssen wir irgendwo hin? Haben wir irgendwie ein Map oder sowas? Ne, ne? Nein, wir müssen hier bleiben. Die dürfen nicht zum Tor kommen. Das erinnert mich irgendwie an Man vs. Machine, Marvin. Ja, ich glaube in die Richtung geht's auch. Ja. Ah, nach Seite! Die dürfen nicht ans Tor rankommen. Ja. 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 Das ist jetzt oben die Ulti. Okay. Als Anzeige. Alles klar. Hallo Brina, wir spielen Overwatch. Oh, okay. Ist nicht schlimm. Es kommen auch Reaper und Rotog und so, ne? Ja, die Zombies halt, ne? Ja. Ja. Oh, fuck. Oh, oh. Hops. Kommt einer durch. Doch nicht. Wenn ich jetzt nur noch ein guter McCree wär ey. Wenn ich ein guter Soldier wär. Wenn du gut wärst, Digga. Ja, das ist auch so. Ja, das ist auch so. Oh! 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 Fühlen die auch irgendwas, oder? Wahrscheinlich LOL. Zumindest macht es da den ganzen Tag schon. Ja. Okay, dann geh ich mal da hin. Oh! Da, äh, Vince, äh Marvel, kannst du den einschläfern? Ich mach Ulti! Nee! Shit! WTF, einer ist reingekommen! Das war jetzt schon. Uiuiuiui! Stimmt, das ist einfach einfach. Das ist immer noch irgendwie ganz schön anstrengend. Jaaaa, es ist halt... Du musst auch, wenn der Reborn so kommt, musst du halt trotzdem noch auf... Oh shit! Oh! Bitte! Bitte! Bitte ist frei, bitte ist frei! Au! Arvin, hast du zu welchen Kugel für mich? Rechts, rechts, rechts! Shhh! Survival Bonus! Uh! Oh! 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 Achh! Oh! 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 Ich kann den Slipen, wenn ich schaffe. Slip mir bitte, Slip mir bitte. Es ist gesliped. Kommt! Fuck. Äh, heilt der sich auch? Ja. Oh oh, nicht gut. Ab den St... Ab das Dings! Ab den. Hup ihn! Hup ihn! Hup ihn! Der Vathe hat die ganzen Kills. Irgendwer muss es ja! Oh shit Ich hab keine Ohren mehr Aber du kannst dir da umschlippen Der geht einfach in die Ecke rein Und schießt von da aus Ich muss Heels Hier in der Mitte Oh hier sind nochmal Nochmal ein Reaper Ja klar Okay du hast ja doch relativ viel Leben Auf dem Modus noch Auf der Tür Stell dir mal vor es passiert auf den nächsten Leveln Huuu Survival Bonus Left Haps Naja hast du nicht Haps Haps Oh shit Reaper Haps 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 Ich hab gleich Ulti Die Heilten fahren die bescheuert Oh die war schön Frankenstein schläft Ach die Witcher ist kaputt Danke Frankenstein nimmt auch noch Das war aber knapp Uiuiui Das war nice Das macht Spaß Das macht richtig Spaß Das ist ganz schön anstrengend Das ist echt Das ist verdammt anstrengend Play of the game Das auf easy Ja Alter das wird ja Die Frage ist wie sie erst skaliert Also Ich hoffe nicht hoppeln What? Mein Aim? Oh ja Noll Das funktioniert Du kannst mir jetzt 6 Ziele anvisieren Ah mehr als 3 Stunden kannst du auch nicht bekommen Ach easy okay Ja Und ich hab echt verdammt Angst So ich gib mir einen So Ey Excellent Ey Ich hab die meisten Kills Und die meisten Damage Ich hab die meisten Damage Ich hab 19.275 Ich hab 19.275 Ich hab 16.000 Und 11 Elite Kills Ich hab Ich hab 79 Final Blows 73 Verdammt Eeeh Eeeh